okay Wurst, 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 wurst. Ja, stimmt. Dürfen die denn unsere Waffe, unsere Rucksack durchsuchen? Leute, jetzt wird's hier voll geschossen. Wer schießt? Keine Ahnung. Warum schießen die bitte in einer Safe Zone auf mein Auto? Warte, Mann. Waffen weg. Warte, Waffen weg. Ich hab keine Waffe. Siehst du doch? Ich hab keine Waffe. Du darfst in einer Safe Zone nicht schießen. Ergeben sie sich. Okay, was geht jetzt ab? Da ist der rote Heli, der vorhin, äh, Alter. What the fuck? Ich hab mich abgeschossen, in der Safe Zone. UD wurde von Suga D6 getötet. Hallo, New Life-Regel. Könnten Sie mich bitte wieder losbinden? Ich bin grad getötet worden. Achso. Ja, sorry. Ja, und zwar, ich bin in der Safe Zone getötet worden. Das schreib ich auf jeden Fall im Admin. Ja, wenn Sie nicht stehen, dann... In der Safe Zone, du Lutscher! Geh mir nicht damit auf die Eier her, du Wichser! In der Safe Zone! Brav, dafür kannst du gebannt werden. Beleidigung. Ja, voll. Wurst, 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 Wurst! Wurst, 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 Wurst! Okay. Auch hier bekommt man den Eindruck, dass die letzten Arbeiten an diesem Stellen noch nicht so lange her sind. Am Ende des Ganges... Hahaha! Hahaha 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 Oh my god Schlick in Pause Ja Alter Come on Come on Come on Come on Come on Daddy Boaaah Ich mags lieber Offen Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Hahaha Also ich muss gerade hart überlegen ob ich diesen Witz nicht fand Und kommen wir zu dem Schluss wieder Witz Witz W-w-w-wo ist Wurst Was? Du willst mein Schwanz nutzen? Höchig Donny mischt du nicht für uns für uns jonglieren oder Flöte spielen? Ja Flöte spielen bitte So Woah So was haben wir denn hier Äh Leute Jetzt ist halt das Modell bei mir wieder Ja bei mir auch Richtig Dann kann ich mich ja schonmal reinsetzen, wenn du reparierst Altes Live hat voll die coole Hintergrundmucke Das Premium-Composer hier gekauft dafür. Wurst. 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 Der Leiche stellt das natürlich, geht gar nicht, aber... Den grausigsten Fund stellt aber eine Leiche dar, die vor einem ein... äh die, die in der Schorne liegt. Hat er einen Bart? Dazu fragen, kann ich da hingehen und mit dem Dolch seinen Bart abschneiden, weil Zwergenbart oder Zwergenhaar total wertvoll ist. Ohne Scheiß, das war sowas von gedankliche Übertragung. Ohne Witz, ich wollte den Zwerg... Wollen wir jetzt echt den Zwerg-Schen? Ich wollte den Bart abschneiden, um die Barthaare für den Zwerg zu verticken. Ohne Scheiß. Nein. Er hat es uns gesagt, ohne Witz, und ich habe es vorhin gedacht. Ich habe gehört, oder ich habe mal gelesen, dass Zwergen Schamhaare noch für den Zwerg-Foltern Zwergen Schamhaar. Wenn das noch enger ist, ist da noch alles Mögliche in der Nähe von mir. Jetzt fände ich in der Nähe von mir aus. Ja, dass ich das einfach schon gesagt habe, war egal. Das bedeuten mehr Nähe zu, Wänden und Gekrose. Aber wie gesagt, also mit Fackel vielleicht, aber ansonsten würde ich mich Petro anschließen. Petro, Auto-Walk, ready to shoot the obstacle down. Moment. Wo kommt der Pferd? Moment. Moment. Ah! 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 Was ich halt echt schade finde, ist, dass die Funktion mit der Sirene und so weiter nicht für alle an ist. Das ist echt ein Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob du fährst du gut. Alter, was machst du, der Wille? Alter, Peter, was machst du? Ich habe ganz kurz die Kontrolle verloren, aber jetzt geht es mir wieder gut. Was, 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 was,, was,, was, sadness. Wurst! 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 WUURST! Falls euch dieses kleine Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da! Wurst!